In manchen Fällen wollen wir drei Daten darstellen. Was bedeutet das? Bei zwei Daten, bei zwei Datenreihen, können wir ein ganz einfaches XY-Diagramm nehmen, zum Beispiel Magnesium-Silizium, haben wir 20, 22 und so weiter, bei Silizium 17, 19 und so weiter. Und dann nehmen wir hier ein bekanntes Magnesium-gegen-Silizium-Diagramm und können da rein die gesamten Daten einzeichnen. Was aber, wenn wir jetzt noch eine dritte Datenreihe dabei haben, zum Beispiel Calcium mit 7, 9 und so weiter Prozent. Dann brauchen wir ein Diagramm mit drei Achsen. Und das geht auch. Und zwar machen wir dann ein Dreiecksdiagramm, beziehungsweise ein Ternäres-Diagramm und zeichnen hier ein Magnesium-Silizium- und Calcium. Die Frage jetzt ist natürlich, wie zeichnen wir hier die Punkte ein? Zunächst mal müssen wir die drei Punkte renormalisieren auf 100. Das heißt, wir nehmen diese drei Punkte hier und machen da praktisch einen Molenbruch. Also in dem Fall wäre das so etwas wie, wenn wir es für Calcium nehmen. Calcium geteilt durch Magnesium plus Silizium plus Calcium. Und das ist dann der Calcium-Anteil, den wir hier reinplotten. Dann machen wir das Gleiche für Magnesium, bloß dass wir dann hier oben Magnesium hinstellen. Also nur dieser obere, nur der Zähler wird geändert. Der Nenner bleibt immer gleich. Und dann bekommen wir hier Anteile von 100. Also wenn wir das ausrechnen für alle drei, bekommen wir für Calcium, Silizium und Magnesium Werte raus, die zusammen 100 ergeben oder 1. Für 100 müsste man hier noch eine 100 dahinter hinschrappen, mit 100 multiplizieren. Okay, jetzt in diesem Deagramm, jetzt haben wir das umgerechnet, diese ganzen Zahlen. Wie werden die hier eingetragen? Dann ist ja klar, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Calcium anfangen und Calcium liegt hier oben, dann hätte hier oben Calcium 100%. Und jetzt einfachheitshalber rutschen wir mal nur entlang dieser Verbindungslinie Calcium-Silizium in Richtung Silizium. Dann hätte man hier vielleicht 80%, 60% Calcium und so weiter, weil es immer weniger wird. Gleichzeitig nimmt hier Silizium, wenn hier unten Silizium ist, zu, also hier 20, weil hier oben ist 0, 20, 40 und so weiter, hier unten ist 100% Silizium und entsprechend wäre hier dann auch 80, 60 und so weiter. Das gilt natürlich für beide Richtungen. Also wenn Silizium in diese Richtung der Punkt rutscht, dann wäre hier 80, hier 60 und so weiter und hier drüben wäre 0. Das heißt hier bei Magnesium, 0 Calcium, 0 Silizium, aber 100% Magnesium, 80%, 60 und so weiter. Und das gleiche hier, 80, 60 und so weiter und hier oben 80 Calcium, 60 Calcium, beziehungsweise 20 Magnesium, 40 Magnesium, hier oben 0. Jetzt lassen sich diese Linien verbinden. Das heißt, wenn hier 80 und hier 80 ist, kann man hier eine Linie verbinden und alles, was diesen Abstand von Silizium hat, jeder Punkt, der hier drauf liegt, also so einer beispielsweise, hätte dann 80% Silizium. Und so können wir weiter Linien einzeichnen, 80, 60, 40 Linien und so weiter. Die gleichen Linien können wir für Calcium machen, das ist nicht die gleichen, aber das gleiche Schema. Hier 80% Linie, 60% Linie Calcium und auch für Magnesium 80, 60 und so weiter. Und dann können wir anhand dieser Linien ablesen, welche Zusammensetzung beispielsweise ein solcher Punkt hat. Und das will ich nochmal kurz ein klein wenig interaktiver zeigen. Hier ist so ein ternäres Diagramm gezeigt und hier ist ein Punkt und den kann ich jetzt frei herumbewegen in diesem ternären Diagramm. Und hier rechts ist dann die Zusammensetzung angezeigt, anotit, SO2 und Phosterit. Die Farben entsprechen den Linien hier. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Punkt hier genau auf diesen Kreuzungspunkt lege, dann hat er von SO2, da sind die SO2-Linien hier, also 90, 80, 60, 70% SO2. 90, 80, 70, 60, 60% SO2, so steht es auch hier. Dann die Forsterit-Linie ist hier, hier ist er 0, also die blauen sind die Forsterit-Linien. Wir hatten es von hier gerade, also das wäre 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 oder von der anderen Richtung 10, 20, geht schneller. Und dann auch die Anotit-Linie, das sind diese Waagerechten, also einmal 10, 20% Anotit, genau wie es hier steht. Und auf die Art und Weise kann man das sehr leicht ablesen. Also wenn ich mir denke, ein Punkt liegt genau hier, der muss ja 10% SO2 haben, kann ich dann auch hier nachkontrollen. Ja, hat 10% SO2. Also über diese Art von Linien lassen sich diese Punkte sehr leicht in diesem Diagramm eintragen, beziehungsweise ablesen und das ist das Ternere-Diagramm. Ja, das ist das Ternere-Diagramm.